So, neue Runde, neues Glück. Ja, diesmal aus der Sicht von mir, dem MOD, und dabei ist der Juli. Ja, genau, diesmal online und mit dabei als Kommentator Jonas. Ach, komm, Jonas. Okay, den hätte ich jetzt fast vergessen. So, jetzt werden die Gegner hier einfach weggebrezelt. Juli fragt sich jetzt wahrscheinlich, was weggebrezelt heißt. Lauf du Stück. Kommt niemand. Oh, scheiße. Gleich mal verreckt. Ja, warte hier rum. Das sehe ich nicht. Ich schon, fett krass. Die verstecken sich immer irgendwo. Oh, wo kommt der her? Wo schießt er? Alle hinten im Spawn. Nein, ich habe ein Wurstes gemessert. Alter. Wie ich diese Runde jetzt schon. Boah, da sind die 80-Move. Boah. Wo sitzt der Neger? Aufklärung ohne online. Und da... Werden... Leute gerade regelrecht fertig. Nee, nee, nicht im Ernst, oder? Nein, was? Alter, das kann es ja nicht sein. Lauf. Lauf. Oh, ich habe sogar einen getroffen. Ja, wo... Genau. So, wirf die scheiß Granate. Ach, das warst du, Juli. Ich habe mich gerade gewundert, wer da einen abballert. Hm, passiert. Oh, lol. Den habe ich zu spät gesehen. Ich habe ihn gesehen, aber einfach keine Reaktion. Hä, wot, wo sind die? Der, Jan, ist rechts von dir, ist einer rein. Ins Haus. Verbündete Harrier, komm. Oh, hinter mir. Lol, ich sehe den nicht. Der ist hier irgendwo lang gelatscht. Weil down ist er noch nicht, oder? Feindliche Harrier im Anflug. Nein, wie ich einfach mal so nur wie bin. Lol, wo ist der? Der war doch hier. Ja, jetzt mach den scheiß Neger weg, alt. Ah, doch nur Negers sagen. Leute, ich bin da oben. Mit Juken kann ich auch. Sag mal, bin ich irgendeine, die Heavy jetzt zerstört? Bin ich hier zum Sonschi rumgelatscht, weil der Typ da lag. Klau-Fisch. Mein Gott. Wir sind jetzt bei außen. Ich probiere mal was. Ah, holst du. Oh, ich bin ein AA-12-Noop. Oh, da sitzt schon jemand. Da unten muss doch irgendeiner irgendwo sitzen. Wo laufen denn die alle? Genau. Weil da dann zufällig einer mit dem Sniper-Gewehr sitzt. So, jetzt könnt ihr mich mal alle am Sack knutschen. Die werden jetzt hier nur so... Einer nach dem anderen weggemacht. Macht. Was? Was? Okay, nicht aufregen. Nicht aufregen. Was? Das kann doch einfach nicht sein. Was? Das kann sein, der schon. Ich glaube, der ist schon noch. Weil ich hab doch geme... Boah. Leck mich doch jetzt hart am... Alter. Meinen fetten Lümmel, ey. Könnt mich doch alle mal... so richtig hart... Alter. 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 Wie oft soll ich denn die noch treffen und dann kratzen zähne da? Oh lol. Oh, da bin ich fett hängen geblieben grad. Ich hasse die Map. Egal. Oh lol. Eigentlich kann noch Paddy noch mitspielen, oder? Ja, wenn der kommen würde. Ja, stimmt. Wie ich einfach mal der schlechteste war. Der Salarix, der ist gerade dazu gejimt. Wir nehmen ihn in einer Tour auf. Alles nacheinander. Ja, ja, ja. Scheiß, nee. Fuck, ihr war da. Jetzt müssen wir die echt kalt machen. Ich will nicht wieder der letzte Werb da. Das kann's einfach nicht. Das kann's einfach nicht sein. Kann's wirklich nicht sein. Was denn? Spawn... Spawn... Spawn-Tuber. Ja, ja, ich... Bin noch nicht mal drin. Jetzt. Ich auch nicht. Wahnsinn. Wo ist der Scheiß... Nee, wie... Oh lol. Ja, genau. Direkt dahinter. Das gibt's nicht. Ich hab... Ich hab den fünf... Mal mit... Mit der Farmers reingedrückt. Das gibt's nicht. War bei mir gerade auch so. Oh lol. So, mach mal ein bisschen. Ja, hier kann man mit einem Sniper spielen. Lol, hier war gerade eine Claymore und die ich irgendwie despawned. Oh, nicht pass. Boah, wo sind die ganzen Gegner? Alter, irgendwo verkehrt. 100 Pro. Hint in Führung! Oh lol. Ich kann doch mit einer Sniper spielen. Merket. Alter. Was ist das für ein... Cheater. Alles Noobs. Sniper, Typer. Ja, sicher. Ah! Ja, das war ich. Der kann doch... Alter, ohne Spaß. Dien zu abschalten. Wo ist das? Ja, wahrscheinlich. Ganz ehrlich, mein... Al... Ja! Al... Ganz ehrlich, ich packe jetzt auch meine Shotgun aus. Oder auch nicht. Nein! Die hat nur zwei Schuss, habe ich gerade gesehen. Das war, glaube ich, nicht mal eine richtige Shotgun. Ah, ja! Ja, genau! Was ist das für ein... Motherfucker! Abonnist! Ha? 2-0 Chile. oh lol ja stimmt sparen hierhin verliert schon fliegt aus der vorrunde aus oder nach der vorrunde ganz ehrlich ich sehe die nicht mal sie sind solche abgefuckten ja ich bin wieder zu alter ich glaub's nicht wo war ich guck jedes mal meine eigene granate so jetzt ein kill und gleich wieder tot die die wissen jedes mal genau wo ich bin ja genau ganz ehrlich die map ist scheiße die spieler sind scheiße was sind das für neger das kann nicht weitergehen so jetzt mal ehrlich ich käme jetzt ich käme mich jetzt zu top ich bin gleich wieder tot ich hab den zehnmal einen kopf geballert denis sag mir wann du fertig bist wie ich bin raus warum das das spielt scheiße jetzt hast du ja immer meinen grund wieso ich nicht online spiel aber wenn man spieler angefangen hat dann spielt muss doch zu ende oder nein warum natürlich nicht wenn der tübe drin sind wenn der tübe sich alle auf level 70 was ist von dem erwarten wagen ja durch ach so das war der typ dachte ich mal ja geil ey ich bin das Ach, jetzt habe ich dich eigentlich gar nicht auf die... Jetzt habe ich dich eigentlich gar nicht in der richtigen Lautstärke eventuell, egal, scheiß trau. Boah, jetzt Juli, wir sind wieder da. Jetzt lad mich bitte wieder ein. Ja, aber da muss ich geschehen. Jetzt, joint mir einfach. Boah, das ist doch dämlich, eh. Joint Deer? Ich komme nicht rein. Ich auch nicht. Mal den mal. Malz. 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 Vielen Dank.